Liebe Geschwister, ich darf heute einen besonderen Tag ankündigen, und zwar den 7. August 2022. Da gibt es in der internationalen Gemeinde Esslingen vom Pastorenehebaar Androsewitsch einen besonderen Tag. Und zwar eine Konferenz um 10 Uhr Vormittag, die stattfinden wird in Kubino, Ostfildern, Nellingen. Das Thema wird sein, Beziehung zu Jesus, mein Alltag mit Jesus. Und ich glaube, das ist ein brennendes Thema für alle, die sich zu Jesus bekennen. Denn ich habe noch nie eine Zeit erlebt, die uns so ablenken möchte von Jesus und Angst machen möchte. Und wisst ihr, Angst ist die Sprache der Hölle und wir müssen lernen, die Sprache des Himmels zu sprechen. Und das ist Glauben. Und in diesen Stunden, und mit ziemlicher Sicherheit darf ich sagen, dass auch Pastor Daniel extra dabei sein wird, ich werde auch dabei sein, werden wir euch hoffentlich klare Linien geben können, wie ihr in dieser verwirrten, verkehrten Gesellschaft euren Glauben in Jesus stark machen könnt. Und dann eben wie Daniel in der Löwengrube, mit Löwen liegen, die schnurren wie Kätzchen oder im Feuerofen tanzen, weil Jesus mit uns ist und wir mit ihm sind. Ich freue mich euch zu sehen, also in Kubino, Ostfildern, Nellingen. Und zwar von der internationalen Gemeinde in Esslingen. Shalom, Shalom. 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 Shalom.